Kommen wir zum vierten Unterkapitel und zwar das Werk Al-Murta. Sein großartiges Werk oder sein großartiges Hadith-Werk Al-Murta zählt zu den wichtigsten und ersten Werken, die niedergeschrieben wurden. Überhaupt. Ab dem Jahr 100 nach der Hijra haben die Gelehrten angefangen, Bücher vermehrt zu schreiben. Und Al-Murta wurde bereits von Malik sehr früh geschrieben, um das Jahr 120 oder 130 nach der Hijra. Und es gibt verschiedene Überlieferungen, die von seinen Schülern überliefert wurden. Und insgesamt hat das Werk 1952 Hadith und Ashar. Dies lautet Überlieferung von Yahya ibn Yahya al-Layfi. Imam al-Shafi'i sagte, es gibt auf der Erdfläche oder auf dem Erdboden nach dem Buch Allahs kein Buch, das authentischer ist als das Werk Al-Murta von Malik. Das wurde überliefert in dem Buch Adab al-Shafi'i. Aber eine Anmerkung, dies sagte al-Shafi'i, bevor die beiden Sahih-Werke von Al-Bukhari und Muslim verfasst wurden. Und man kann im Groben Al-Murta von Malik in zwei Bereiche aufteilen. Der erste Bereich ist Hadith, die auf den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, zurückzuführen sind. Was diese Hadith angeht, die Mosul sind, verbunden sind, so sind sie fast alle authentisch. Und dann gibt es Athar und Balagat. Athar, allgemeine Überlieferungen über die Sahaba oder Balagat. Imam Malik sagt, uns wurde berichtet. Er sagt dann eine Sache ohne Überlieferungskette. Hier muss man schauen, manche sind vielleicht nicht authentisch.